Hey, hey, mach noch mal auf. Ich war nicht drauf vorbereitet. Sag mal, warum ich Mac Chicken hatte oder so. Warte, ich komm back. Hat er dich gerade umgehauen? Ja, ich bin in seine Hütte rein. Warte, ich bin gleich schon wieder weg. Ich hab ja meinen Schlafsack dort. Ich hab schon, komm, heute wird Ente-Trolling groß geschrieben. Ach, der hält das aus. Hoffen. Also dieser Cracksy, der Cracksy, der hat jetzt gerade ganz schön gefährlich gelebt, ey. Der hinter mir an, auf immer Sache abzubauen, ich mich blöden getreten wollte, abdrücken eigentlich. Der wegkt schon wieder an damit. Das war nicht nett. Geh mir als scheiß Chicken. Und fahr Schuhe, bitte. Ich komm nicht klar, Alter. Ja, eben, wir machen jetzt, wir machen jetzt auf dem Sofa Schutzgeld. 30 Chicken pro Tag. 20 Stunden Chicken. Will mehr. Ey, nee. Kannst keiner erzählen. Dann musst du sagen, ich will ein Chicken McNugget. Ey, wir sind hier nicht bei KFC. Ich will Chicken McNugget und mit, äh, äh, einen McChicken dazu. Du rassistische Drecksauer, das ist doch schon immer was gegen uns. Wie komm ich denn hier rein? Was hat denn da für eine Tür, ne Holz oder Metall? Eisen. Eisen, okay. Ich durfte auch gleich da sein, Jungs. Was will ich mir ja nicht entgehen lassen. Was macht denn der auf? Das ist hier, oh. Bitts an. Aber, aber wehe, äh, Pablo, du verrätst dem, wo unser Haus ist, ey. Soll ich nochmal aufmachen? Nö. Soll ich nochmal aufmachen? Ist der eigentlich bloß dahinter warten mit der Granate und die Granate reinwerfen, wenn der aufgemacht hat? Das hast denn du, ne? Ach, was macht der denn? Der hat direkt eine Amerikane vorm, vorm Tür in das Feld, ey. Ablo, ziehst du grad seinen Hass auf uns? Auf mich. Ey, kommst du mal raus? Mal raus? Mit vor war das nö. Jep. Red ich schon die ganze Zeit im Spiel? Schmeiß erst mal Flares raus aus dem Haus. Das ist schön. Na los. Fick durch. Treffer. Ich fange. So, Mensch, Paul. Ja, 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 das Holz ist so schön, damit kann man so schöne Sachen anstellen. Merkt schon. Merkt schon. Auch mir eine Wood Foundation. Nee. 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 Jetzt im Ernst. Was macht denn der hier? Ja. Ja, was macht der hier? Ich glaub, der wird gleich kotzen. Lass uns rein! Ihr wollt ein Chicken! Jo, jo, jo. Schmeiß so ein Chicken hier hin. Das ist deine einzige Chance zu überleben. Schmeiß die Chicken hin. Das ist ja der Todespreis. Uga, uga, uga. Das brot da hier mal dran, Alter. Ohne Scheiß, Junge. Schmeiß Schicken raus. Sofort. Ist das gemein? Hat der oben eine Tür? Och, nö. Das ist unfair. Ist ja klar, dass da oben auch eine Tür drin ist. Das hab ich auch schon gesehen von vorher. Aber dann kann er sich auch nicht mehr aus das Dach treuen. Dann muss er da drin wie eine Ratte bleiben und kann dir nicht mehr. Nee, nee. Ich will, ich will, ich will den da oben dann zwei Spike Wars vor die Tür setzen. Nein, das ist doch schon was anderes. Aber er ist schon minimal genervt, oder? Weiß nicht. Du kannst das Schlimmste nur abwenden, Ente. Du kannst hier uns einfach Chicken geben. Ego. Ego Mutti, komm raus. Ego Mutti, komm raus. Ego Mutti, komm raus. Bartu? Ja. Aber bist du wieder da? Warte, ich müsste mal ein Video zeigen, was wir gerade hier machen, das ist ja hier perverse Auseinandernehmung hier. Enter hat jetzt, Enter hat unseren Pablo mehrmals jetzt erschossen. Ja. Jetzt gibt's Krieg. Oh doch, weißt du, was wir gerade machen? Nein, du wirst es gar nicht wissen. Weißt du, der Pablo steht hinter vorne an der Tür und er sagt, gib mir Schickern, gib mir Schickern und schlägt mit dem Stein der Zeit gegen die Tür. Aaaaaaah. Draußen. Aaaaaaah. Hast du dich gefickt? Oh, ich blute schon. Bauen mit Dingern, du stürzt dich damit, bauen mit Dings, bauen mit der Kiste unter denen, damit du dich hochhangen kannst. Hab kein Holz mehr, ihr müsst mir Holz bringen. Also, er bringt dir Holz, pass lieber mit der Gun jetzt vor der Tür auf. Wenn er merkt, was los ist, wird er auf dich losgehen. Kann er machen. Meine Schrotflinte ist auf die Tür ausgerichtet. Wo bettelt ihr euch denn? Ja, bei seinem Haus. Äh, Small Red Town. Also da, wo wir sonst z.B. hier warm gehen. Da, wo wir letztendmal auch den scheiß Rucksack gesucht haben von... Ja, das ist unser Troll-Track, wenn wir Leute verraschen. So, pass auf, Moment. Kann ich das irgendwie erstellen? Ne, ich schmeiß runter. Krümer mich. Mit dem Burschen. Boah, ich wollte grad schießen, Alter. Äh, Junge! Also, Ente, mach mal Waffenstillstand. Ja, nein, vielleicht. Krieg! Was? Krieg! Also, du willst Krieg haben, bist du dir sicher? Luftwaffe! Okay, okay, ich bin dann mal kurz weg was holen. Außen jetzt. Ich bin dann gleich wieder da. Äh, wo bist du draus, Junge? Gar nicht draus, du wügst. Ich bleibe unten wieder Shotgun. C4, OC4. Oder ich bau einfach ein paar Granaten. Boah. Hast du ihn grad erwischt? Jo. Äh, warte raus, Junge. Du liegst ja nicht. Du liegst ja nicht.